Ok, hallo. Ich mag wahrscheinlich jetzt ein bisschen lang sein, aber... Ich drücke halt einfach nur auf Aufnahme beenden. Und dann wieder starten. So war's dann. Und fort. Alter, ich habe jetzt so ein großes... Ein großes Sorge habe ich gefunden. So ein krasses Portal gefunden und ich kann ihm das nicht erzählen. Reisung. Reisung heißt das, wo wir jetzt sind. Bestimmt ganz schön viel Reis-Sach. Oder Reisig. Verschleife. Reisung. 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 Die Bauch. Oh nein, ich möchte eigentlich der Sachs Story nicht sehen. Wie viele Leute haben meine Story dann angeguckt? 16 Leute. Oh, Kevin ist auch mit dabei. Ihr müsst wissen, ich habe mir heute Pokémon Schild gekauft und ist heute angekommen. Ich habe es auch ein bisschen schon angespielt, ich finde es cool, dass ich alle meine Pokémon nicht mehr einzeln leveln muss, wie auf dem Nintendo DS, sondern die kriegen jetzt alle zusammen Erfahrungspunkte. Oh, das sind die Rattenmenschen. Von denen ich gelesen habe. Na gut, die haben wir ja auch gesehen an der Hütte, was ist das? Oh, Frostbeule. Sollte vielleicht nicht immer gegen alles hauen, was ich finde. Jetzt kommen wieder die krassen Schlauchlevel, habe ich gehört. Habe ich nicht gerade eben noch gesagt, ich sollte nicht gegen alles hauen? Was mache ich? Was mache ich? Ich haue gegen alles. Hey, da ist nochmal so ein Ding. Ah, da haue ich die für mich nicht dagegen. Ich rolle mal dagegen. Oh, es hat mir nichts gemacht. Okay. Oh, es ist ein Differen Ogre. Oh, es ist ein Differen Ogre. Oh mein Gott. Ich erinnere mich an diese, ähm, einen Dudes aus Rom. Diese krassen, ich weiß nicht mehr, wie hießen die, Brachy oder so, oder, oder, oder Barok, Barok, oder irgendwie so in die Richtung hießen die, mit diesen, ähm, Tierschädeln, als Helm oder Maske, und die zwei so große, riesige Stoßzähne an ihren Hemd, an ihren Arm hatten und womit die dann angegriffen haben. Das ist auch eine Schwachstelle. Verschle Head. What's up? auch ein luminik kristall die nämlich gerne ich brauche mal neue munition auch wenn mir das hier ein bisschen weihnachtlich vorkommt und ab und zu auch so ein kling kling was mich an weihnachten erinnert vorkommt hey rattenmann kriegst euch frostbäulen das waren wohl wirkliche frostbäulen richtig krasse munitionsknappheit hier da müssen wir mal waffen benutzen die ein bisschen mehr munition haben und vielleicht ein bisschen mehr reichweise was sind das von symbolen auf der map wo ich hätte noch dothraki sagen können bei denen aber das war ja was ganz anderes gewesen das war das falsche, das falsche franchise mein handy wird mir wahrscheinlich jetzt in ein paar minuten sagen akku stand zu niedrig nur was auf 16 prozent ist aber wir kennen sie nicht hey da ist ein ne, er ist verschlossen ne, er ist verschlossen nacktmull menschen muss ich hier im nahkampf besiegen aber ich habe noch mein waffen man soll mir mal mehr munition droppen holy shit ich will nicht, ich will keine munitionskisten benutzen verdammt letzte kugel na also immerhin ein bisschen munition immer ein bisschen munition muss ich hier krass konnte ich mich nur mal ducken so die sehen mich bestimmt schon wieder auf 100 metern aber mache ich hier ein bisschen self action letzte kugel der hammer ist ein bisschen schla, ein bisschen langsam wenn die immer flüchten feige ratten makellose essenz die frage ist was bringt die mir ich möchte da gerne hochlaufen geht anscheinend nicht fällt mir ein gerade ich könnte mal lentolas fragen der noch mit snooby zu tun hat wenn ich den auch in meinen steam freunden habe wie ich darauf komme keine ahnung irgendwie kam mir das gerade einfach so in den sinn da war ich ja mit zu schnell genug so was einfach draußen rumliegen lassen non ta 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 ke 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 me no to no pa 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 ich weiß nicht ob es da in die richtige richtung geht Aber ich wollte hier gerne auch die Gegend erkunden. Wir fordern, wie das solche Folgen sind, indem ich einfach wieder zurückteleportiere oder sowas und ich dann wieder überall durchlaufen muss. Wie die eine Folge, die für ach, ich glaube, Mensch bin ich dumm. Okay, das war jetzt Dämlich von der Ratte. Das wäre lustig gewesen, wenn man Munition rausgekommen wäre. Das arbeitet also. Das gemacht hätte ich nicht. Das reicht bitte. ha die wird muss ich mal gucken was bringt auch hier Matschzahns Eintopf Rostung Gesundheit Überlebenskit für Leben erleichtert, 3 elixierte Erleuchtung, eine Munitionskiste Eisen und 500 Altenmetall sag ich nicht nein Schaden 15% und überdauert den Tod ach das wollte ich beim Endboss benutzen Hält drei Minuten lang an und ich fand den Effekt gefroren Oh, Frostwiderstand weil ich was sagen muss meine Rüstung hat schon einen guten Frostwiderstand aber die Rüstung hat sich auch bewährt das ganze Spiel durch also da ich ja nichts anderes anziehen möchte bei 30% mehr Schaden warum nicht Wieso müssen das hier eigentlich Rattenmenschen sein bei dem einen ist das komische Mutanten bei dem anderen sind das wirklich die komischen Insektenviecher die wir eigentlich hätten sparen können einige von denen fand ich extremst widerlich und dann genau dann gab es ok gut Satyren gegen Satyren kann ich nichts sagen ich finde Satyren recht cool eigentlich manche nennen sie auch eben Pan wie sie hier genannt werden wegen dem Pan aus der Mythologie oder gab es gab da nicht noch einen Gott den Gott Eros oder so der auch in der Tür war von dem die abstammen sicher bin ich mir grad gar nicht aber irgendwie in die Richtung glaube ich mal schon ich wollte grad eigentlich nennen eigentlich wollte ich dann mal in der Markt zu setzen wollte ich grad anvisieren wie in Dark Souls aber ne gut es kommt von den Dark Souls 3 Streams will ich nachher auch wieder streamen das ist ein richtiges voll weg da tut ich muss erst die klein viel weg machen keinem soll nicht allzu lang die rücken zu sehen Oh der hat kein Schild mehr Oh Scheiße Jetzt hat er ein Schild wieder Soll ich mache Ratatouille Ich weiß dass da keine Ratten drin sind aber Ist ja auch komisch wenn es ein Gericht gäbe in dem man Ratten reinkocht Aber wobei früher wäre das schon zu den Zeiten wo es viele Ratten gab Wobei gibt es ja immer noch Hätte ich mir das schon vorstellen können Ja Ja ich glaube ich habe es kinder verinnerung tatsächlich von einigen leuten wenn man aber wenn ich an den Film Ratatouille denke mit den Ratten wo man hat den Ratatouille Ratten reingeschmissen wenn das die 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 Thematik des Films wäre